Herzlich Willkommen, liebes Publikum! Akanda wird euch heute ein bisschen durch das alltägliche Leben in Wien leiten, mit Motivation und Achtsamkeit. Wir stellen uns vor, wir sitzen in der BIM. Der Mann neben uns, er stinkt. Akanda mag das nicht. Doch Akanda weiß, man darf nichts Negatives hinausschicken, denn sonst kommt Negatives zurück. So sitzen wir Akanda nicht positiv, nicht negativ. Akanda sieht es neutral. Auch für Sie, wenn Sie in der BIM sitzen, neben Akanda, sehen Sie es neutral. Doch, wenn Sie diese Kraft erlangt haben, dann beginnen Sie, die Dinge ins Gute zu wenden. Erst auf das Neutrale folgt das Licht. Wenn Sie nun also die Fähigkeit, neutral zu denken, erlangt haben, wie Akanda, dann denken Sie positiv. Der Mann stinkt. Sie nicht. Das ist gut. Das Positive ist wie ein Bumerang. Er kommt zurück. Alles, was Sie Positives in die Welt hinausschicken, kommt zurück. Akanda spürt dies am eigenen Lein. Auch Sie spüren es bald. Eriendenavorверж pobre. Klar! Una Logisch herber.